Ich bin schon wieder tot, man. Ciao! Warte, ich beleg dich gleich wieder. Ja, ich kann schlafen, Alter. Ah, jetzt. Das war jetzt von meiner Mutter, aber ich hab gar keinen Bock, die hinzusehen. Ich hasse das wie die Pest, Alter. Bei mir sieht es gerade schlimmer aus als in deiner Prime, Alter. Sag ich dir ehrlich, Mann. Lauf direkt, Mann. Ja. Nach links. Oder wohin? Komm, lass den einen hier am Leben, den Trawler. Mach mal eine Mutation. Sieht auch, dass wir alle wieder voll in der... Egal. Komm, komm, komm. Lass den Generator auf, Mann. Schnell, 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 während doppelt... Ja? Sehr gut, Bro. Schnell, 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 schnell. Ich hab auch diese Sail, ich hab auch Sail, ne? Können dann Sail aktivieren. Sie sind überall um uns herum. Ich hab nur keine Waffe, ne? Wollte ich schon sagen, Bro. Ja, deswegen, ja. Haben wir das Sicking schon tot. Bruder, sterb jetzt bitte nicht. Sterb jetzt nicht, Bruder, lauf einfach weg. Bruder! Ich f*** dich. Ich f*** dich. Ich f*** dich wirklich. Ich hab... Ja, nicht schlafen, Bruder. Lass doch einfach... Lass doch erstmal... Warte mal. Lass doch jetzt einfach die ersten zwei Runden machen. Normal. Dann können wir die ersten zwei Runden die Säule machen. Und dann, Bruder, hol mir jetzt mal Waffen und Juggernaut. Und dann können wir weitermachen, okay? Hast du die Kiste gesehen? Naja, also. Die Kiste war da nicht. Ja, Bro. Dann lass doch erstmal zur Kiste gehen, bevor wir die ganzen Säule machen. F***, ne? Also, ich will in zehn Sekunden alle Säulen machen, Alter. Wo lebst du eigentlich? Nein, mal die früher, desto besser. Weil wir brauchen Jugger abrunde, ich glaube, Runde 9 oder so. Kommt dieser Panzertyp. Ja, ist ja okay, Alter. Aber dann lass doch wenigstens dann vorher schon mal wenigstens Juggernaut holen. Und paar gute Waffen. Ja, dann müssen wir diesen Generator anmachen. Ja. Ich will so früh wie möglich, weil sonst schlucken die voll viel, diese Tempeltypen da. Ja, dann lass doch einfach irgendwie gucken, Alter. Und sonst soll ich mir irgendwo ne Handfeuerwaffe, Alter. So, und wirst du die mit kaufen kann. Ne Handfeuerwaffe, möchtest du? Ja. Dann kauf dir deine Handfeuerwaffe. Ja. Bereit? Wenn diese Umwandlungsgeneratoren eine bessere Überlebenschance bedeuten, dann bin ich ganz beim Deutschen. Stammt dieses Gehirn von dem Kadaver aus dem Punker des Deutschen? Alter, aktivier. Ja, warte. Bro, ich bin wieder wegen dir auf das Tod, Alter, weil du zu gierig bist. Weil du viel zu gierig bist, Bro. Ich hab nicht mehr viele Patronen. Junge, 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 Erze. Okay, Doktor, wollen Sie uns vielleicht erzählen, was Ihre Leute hier tun? Warum kaufst du mal direkt die Tür, Mann? Das ist, wenn die Kiste... Ja, okay, diesmal hast du Glück gehabt, Alter. Die Kiste ist doch da. Ich wusste, dass die Kiste da ist, Mann. Zielt auf den Kopf. Das scheint zu funktionieren. Ich habe gerade nicht zu viel Kohle. Strom müssen wir einschalten, ne? Ja, dann kauf mal. Schimpfen Geld. Wo ist denn der Strom überhaupt? Ja, die Generatoren. Ich weiß nicht, wie man das überleben soll, ne? Ich weiß auch nicht. Bruder, warum sind die auch so viele? Ich weiß, das will mancher. Ist mir zu eng da, Alter, warte. Schon dunkelrot, ne, bin ich. Wie soll das denn gehen? Ja, warte. Deswegen meine ich jetzt, es kommen überviele, Alter. Hinter den Scroller. Bruder. Hier die alle. Ich kaufe jetzt eine Waffe und danach haue ich ab, Alter. Ich stehe da weiter einfach. Ja, ich auch. Weil... Ich habe Bock, hier zu lange zu chillen. Weil hier ist es einfach viel zu eng. Ich bruder, ich habe einfach die selbe Waffe wie du bekommen. AK-7-4-2. Aber dann komm hin, komm hin. Ja, ich komme. Ich muss das später abholen. Ja, das hier campen und dann einfach... oder so. Was? Der lebt noch? Ich bin hier gefangen. Könnt ihr mich hören? Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich bin hier gefangen. Ich will doch nur nach Hause. Was zum... Hat hier jemand gerade ein kleines Mädchen gehört? Ihr Name ist Samantha. Ich töte euch alle! Ihr Mistkerle werdet mich nicht kriegen! Ihr Mistkerle werdet mich nicht kriegen! Du kannst nur bis zum Vorhang kommen. Das Ding mache ich in einer Million Jahre nicht platt! Das ist ein Punkt. Was ist denn eigentlich vor den Umweg gegangen, ne? Warum? Ja... Was heißt über das Mädchen recht offen? Ist sie irgendwo hier an diesem Ort gefangen? Ihre Worte trinken einen vollen Ding in den Wald? Was ist das? Willst du die Shotgun? Nimm die, nimm die! Woher gehen? Ich hab die schon. Echt? Ja, ich hab die gekauft vorhin ja, wo du gestorben bist. Aha. Okay, komm. Warte! Warte! Was findet ihr? Hallo! Okay. Ja! Ja! 13 von euch ist schon einmal gestorben! Nimm! Und jetzt tut er's wieder! Was war denn Muniz? Wurde chillen lassen und erst mal paar Zombies kriegen, würde ich sagen, ne? Ja. Ich glaube, der Deutsche kommt seinen untoten Freunden durch. Warte, lass uns mal Muni verballern, oder? Ja. Ja. Ah, jetzt schnell, schnell, schnell! Komm, komm, schnell! Genau! Ja! Weil diese Templer Typen, die musst du eigentlich gar nicht killen, sondern du kannst die eigentlich auch nur... Oder wild! Perfekt! Jalla, jetzt können wir direkt Jogger holen. Wo ist Jogger? Hier! Das hier? Hier! Oder! Hier! Ah! Du weißt nicht so völlig noch, was er gemacht hat. Wir tappen hier ein wenig im Dunkeln. Das war's für dich! Scheiße! Also sowas, ich habe gerade noch eine Waffe gefunden. Ich muss keinen Manni machen, Alter, Maschallah! Ich muss keinen Manni machen, Alter, Maschallah! Für diesen letzten Generator, glaube ich. Wild! Ah ne, da müssen wir dann noch... Also wir müssen jetzt noch zwei Generatoren machen. Ne, drei sogar! Ja! Wo bist du? Sieht aus, als hätte die Explosion sie so gut wie ausradiert. Echt? Freue mit dir! Bruder, geht schon mal da weiter. Ich gucke wo der Panzer... Der ist hier, okay. Du hättest uns sagen müssen, dass sie gepanzert sind, recht offen! Ah, fuck! Ich bin tot. Bruder! Ich bin tot! Nachdem hat sich wieder Zeit auf und hier auf dich benutzt. Ich bin tot. Und jetzt? Ich bin tot! Ich bin tot! Ja, Bruder! Ja, Bruder! Ich bin tot. Es ist das.